So, you like playing board games? Exacting Willkommen auf dem YouTube-Kanal Exacting Games. Heute spielen wir eine Partie Pylos mit Regeln für Fortgeschrittene. Weiß liegt in die Mitte, um möglichst viele Linien und Quadrate bilden zu können. Schwarz folgt mit derselben Idee. Weiß baut eine Linie und ein Quadrat auf. Schwarz versucht das Gleiche an dieser Stelle. Weiß droht mit einem Kugelquadrat. Schwarz verhindert dieses. Weiß droht mit einer Linie. Schwarz entscheidet sich dazu, eine Kugel auf dem Brett zu bewegen. Weiß bildet eine Linie und nimmt zwei Kugeln zurück in die Reserve. Schwarz setzt eine Kugel in die Mitte, um von Ort aus wieder Linien und Quadrate bilden zu können. Weiß setzt an dieser Stelle, um eine Kugelquadratdrohung von Schwarz zu verhindern. Schwarz setzt an dieser Stelle und möchte Weiß eine Falle stellen. Würde Spieler Weiß seine Kugel auf eine höhere Ebene setzen, könnte Schwarz ein Kugelquadrat bilden. Weiß droht mit einer Linie. Schwarz verhindert die Linie. Weiß setzt eine Kugel auf die nächste Ebene. Schwarz droht mit einem Kugelquadrat und einer Linie. Weiß verhindert die Linie. Schwarz vervollständigt das Kugelquadrat und nimmt zwei Kugeln zurück in die Reserve. Weiß verhindert das Kugelquadrat und nimmt zwei Kugeln zurück in die Reserve. Weiß droht mit einem Kugelquadrat. Schwarz verhindert das Kugelquadrat. Weiß setzt eine Kugel höher. Schwarz droht mit einem Kugelquadrat. Weiß verhindert dieses. Schwarz setzt an dieser Stelle eine Kugel, um eine Linie auf der zweiten Ebene vorzubereiten. Weiß setzt an dieser Stelle, damit sich Weiß im nächsten Zug eine Kugel einsparen kann. Denn egal wohin Spieler Schwarz nun setzt, er bereitet ein Kugelquadrat für Spieler Weiß vor, um auf die nächste Ebene zu setzen. Dies tut Weiß. Schwarz setzt an dieser Stelle, damit sich Weiß nicht noch eine Kugel einsparen kann. Weiß setzt an dieser Stelle, damit Weiß im nächsten Zug eine Kugel höher setzen kann. Schwarz entscheidet sich für diesen Zug. Weiß hat die Taktik des letzten Zuges vergessen und macht stattdessen diesen Zug. Schwarz setzt offensichtlich nach dem Zufallsprinzip. Weiß setzt hier, damit Schwarz auf der zweiten Ebene keine Linie bilden kann. Schwarz hat nur einen Zug zur Auswahl. Weiß ebenso. Schwarz hat wieder nur einen Zug zur Auswahl. Weiß setzt die letzte Kugel und gewinnt das Spiel. X-Acting 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 X-Acting